Wer Lust hat, kann sich jetzt auch noch die zweite Hälfte angucken, vielleicht ein bisschen andere Perspektive. Ich versuche mal nicht mit meiner Hand dazwischen zu gehen. Also ich bin jetzt bei Reihe 104. So, und stricke jetzt erstmal meine 10 Reihen im Blatt rechts. Und nehme wieder meine eine Masche mit dem Dreierdecker ab. ados. Super. Super. So, Reihe 144. Mein Loch muss da auf Start. Die ersten Maschen schiebe ich immer nach hinten. Vier ist okay. Wieder eine Masche abnehmen. Vier ist okay. Ja, kleine Sünden bestraft der Strickgott sofort. Oh. So. Schrauben die Schrauben die Schrauben auf den Schrauben aufbauen. hatte ich vergessen beim letzten mal glatte rein so 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 Okay. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Man kann auch mal wieder eine Masche zurückhängen, wenn man was zu viel gemacht hat. So, am Alzausschnitt bin ich fertig. Jetzt nehmen wir wieder die Schulter ab. So, am Alzausschnitt bin ich fertig. 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 So, am Alzausschnitt bin ich fertig.